Willkommen meine Sturmtruppler! Zu A Way Out. Zusammen mit Fähchen. Hi! Ja, unser letzter Punkt ist immer noch derselbe. Wir stehen vor dieser Entscheidung. Wir sind bei Harvey, haben wir uns im Haus hochgekämpft. Das war eine riesen Schießerei bis hierhin. Harvey selbst hatte Granatwerfer benutzt, wen ihr vom letzten Livestream noch wisst. Ansonsten müssen wir es auf Youtube nachholen. Wir sind an dem Punkt und jetzt ist der Chat gefragt. Für was entscheidet sich der Chat? Dio oder Vincent? Wir wissen, wie wir mit Harvey umgeseln. Das ist unser jetzlicher Punkt. Fähig ausdenklich, wie sie sich entscheiden. Im Normalfall für das, was wir noch nicht gesehen haben, wenn sie schon ein anderes Let's Play davon gesehen haben. Denn immer mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich würde gerne sehen, wie Lio konfrontiert, weil immerhin sind wir doch hauptsächlich wegen Lio überhaupt hier. Ja, ist ja die Person, die ich spiele. Vincent ist halt immer der ruhigere. Also ich würde schon eher die Konfrontation sehen als das Nähern. Okay. Wie bei den letzten Live Let's Plays, werden wir auf den Chat achten, aber nicht drauf hingehen können. Weil, wie gesagt, Live Let's Play. Nach dem Stream können wir gerne noch mal quatschen. Aber je nachdem, wie aktiv der Chat war, müssen wir eure Fragen nach dem Stream noch mal stellen. Gut. So wie es aussieht, entscheiden sie sich für Lio. Oh nein, ich sehe jetzt noch. Ja, Vince. Vier, ich erzähle mal drüber. Wie viele Stimmen haben wir für Lio? Ich zähle jetzt 5. Und Vince? Es sind auch 5. Jetzt machen wir es aber spannend da im Chat. Hopp, noch 1 Stimmen. Da. Ich habe Lio xy. Du auch? Ja. Ja, ja. Lio. Okay. Ihr habt euch so entschieden. Start mal mit einem Live Let's Play. Viel Spaß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du glaubst du kannst du weg weg? Du bist? Du bist so schnell. Du bist so schnell. Warum hast du das gemacht? Leo. Du bist so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Warum hast du das gemacht? Okay. Ich habe es noch. Das ist das, was du hier für. Diemode. Es ist alles für dich. Es ist in der Strecke. Auf. Da. Du kannst es nehmen. Geh es. Okay. Jetzt hat er da eine Waffe drin versteckt. Ich finde es jetzt auch gerade. Hm? Wenn er sich mit Wermo schnell rumtritt, kann Leo nicht reagieren. Wie war das mit... Hat er seine Waffe verschlackt? Hm. Ähm. Das muss sitzen. Du musst dich nach ihrer Rechte nehmen. äh, das hat nicht funktioniert äh, ich weiß nicht warum, aber ich ja, zielen put it down it's no way out of this fuck you give up you think you're coming to my you Das geht doch. Na, es hat jetzt noch Lust im Pool zu schwimmen. Das ist Schlecha. Warte mal kurz. Ja! 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 Das sind die Räte hier. Ja! 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 Jetzt rennt man! Hey! Dürfen wir auch wirklich fahren? Oder ist es wieder nur Sequenz? Ja, wir müssen die hellen von dem Ding bleiben! Did you see that? Geh! Geh! Komm schon! Ich bin jetzt auf dem... Hohly shit! Geh! Geh! Shit! Hey, watch out! Watch out, Leo! They're gonna run you over! She's at right? Damn it, I'm cool. Oh, shit! Oh, kacke! Kein Salat, Sammelfar! Juhu! Woah! Das war cool! Ich hab deines nicht gerne gesehen, aber ich meine gar nicht. Oh je, was wird der Sammelfar? Ey! Das macht Platz! Hey, I think they stopped shooting at us. I have a bad feeling about this, Leo. Woah! 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 Woah, das sitzt vielleicht so. Wie kann man dem ausspyeißen? Keine Ahnung. Oh, shit! Fuck! Fuck! What explosion! Ja. Ja, und sie ist mo- Ich brauche das Fliecher! Vincent, helf mir raus! Ich brauche das Fliecher! Ich brauche das Fliecher! Ich brauche das Fliecher! Ich brauche das Fliecher! Geh mir zu den Fliecher! Was machst du? Was hast du bedrückt? Ja! Oh, Vincent! Woah! Oh, shit! That was close! You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this! You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea! Hey, Emily! You have a pen and paper? Wait now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then! All right, then! What? How are we doing? How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. Sleeping. About time to wake him up, then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah. I'm fine. Leo. What? No. Yeah. We're there yet? Yeah. You're a few days off. So, let's start the number up. No. 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 oh wow hey aber es gab die rache und jetzt geht es wieder in den bau obwohl wir haben ja einen sehr sehr kriminellen gestillt mensch ich meine wir sind in den bau gab es so eine belohnung oder so oh wie verhalten sie sich sie reagiert gar nicht so als wenn sie es gewesen wäre everybody stand down wir haben belohnt wir haben haarwege gekillt ja es ist nass und wir nicht es regnet doch auf uns auch stehen wir noch unterm flügel? nein was 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 das ist jetzt nicht ernst oder? ich war ein kopf oder ich bin ein kopf? werden wieder die rückblenden warte mal was haarwege tötete seinen bruder warte mal was haarwege tötete seinen bruder das war ein polizisten kopf da drin das war ein polizisten kopf da drin und da sitzt jetzt vincent drin und da ist jetzt alles drin aber man so die die Jetzt ergibt alles Sinn. Mama. Warum ist deine Frau großartig? Er ist in den Knast gegangen. Als Undercover-Mission, obwohl er Vater wird. Schatz, fire! Schatz, fire! Go, go, go! Gecure the area! Move in! Mama. No! 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 Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Stay with me! Please! I'm sorry, please! Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this. And you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. That's scary. Fine, man. Nobody move! I'll fucking kill him! I'll only make it a worse for yourself. There's no way out. Take it easy, Leo. Shut up! You don't have to do this. You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. 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 Get in the car. Get in the car. I'm fucking trusting you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! I can't believe you, you fucking rat! This thing is not easy. Wow, wow! Vision! Again! Boah. Das hat man schon mal beim Abendtrick gehabt, oder? Ja, und ich hab gewonnen. Ähm. Ah! Ah! Das war's für mich jetzt. Ich hab's nicht mit dem Motboot. Dammit, komm! Ja, ich kann nicht, dass du weg bist! Du bist der Tod, Vincent! Nichts mehr mit Teamwork. Oh, die Piloten ist auch noch eine Bulle. Wenn es mit dem Boot hat, dann doch schon mal. Das geht nicht gut. In für die Engel! Wir brauchen ihn allein! Was ist das denn? Mein Gott, ein Schutzhashark ist ein gutes AIM! Ja, geil! Ich kann hier gar nichts gemasseln! Was ist das denn? Was ist das? Nein, du denkst jetzt nicht immer noch schießen! Da! Auf der Seite! Ich sehe ihn weg! Bist du uns da! Okay! Nein! All right! Come on, hurry! I'll go this way! All right! Dann können wir jetzt sie spielen? Ja, das ist nicht! Sie wird überwischt! Ich bin weg! 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 Ich will nicht auf dich, Emily! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich weiß, ich kann das nicht! Das ist nicht weg! Das ist zwischen mir und Vincent! Jetzt weg! 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 Ich bin weg! Das ist nicht weg! Wie fühlst du das? Wie fühlst du jemanden im Hintergrund? Ich weiß, dass du entschuldig bist, aber Harvey hat mich verletzt. Ich hatte keine Wahl. Ich kann das gar nicht glauben! Ich spreche mit dem Kapitän. Wir reduzieren dich. Meine Verletzungen? Du bist ein totes Mann, du Scheiße! Was für dein Sohn, Alex? Shut the fuck up! Du bist nicht nennen. Du kannst ihn nicht nennen. Du hörst du das, du Scheiße? Du bist ein totes Mann! Du Scheiße! Du Scheiße! Du bist ein totes Mann! Du bist ein totes Mann! Ich habe viel mehr Bullets! Geil! Damn it! Cleo, come on! We don't have to do this! Das ist scheiße. I have to hit this one. He is the one who has hit this one. I can't do it. I can't do it. Das war's. 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 Das war's.